Herzlich Willkommen zum heutigen Sittich und Wirbelosen Adventskalender. Heute am 19. Dezember gibt es die erste Asselart im Haltungsbericht, nämlich die Porzello Levis Panda. Diese Art hat mehrere deutsche Namen, man nennt sie zum Beispiel Dalmatina Assel. Bellen habe ich sie zwar noch nicht gehört, aber daran arbeite ich noch. Sie heißt auch noch Panda Assel. Bambus frisst sie bei mir auch noch nicht. Und genau, also wirklich eine hübsche Anfängerart, gerade dieses Dalmatina Muster ist wirklich richtig hübsch. Und ich erzähle euch jetzt, was die Tiere brauchen, dass sie sich bei euch daheim pudelwohl fühlen und ihr sie toll züchten könnt. Diese Art von vornherein hin, will ich gleich mal sagen, die kann man als Ziertiere halten. Aber auch wenn ihr Fröschlin oder sowas habt, kann man die super als Futtertiere nehmen, nämlich als tollen Calcium Lieferant. Genau, ich würde sagen, let's go mit dem heutigen Haltungsvideo. Also, was braucht man für die Tiere für eine Erde? Da streiten sich zwar viele, man kann aber mehrere Sachen, was in der Terrestick angeboten, nehmen. Wichtig ist, dass die Erde gut Feuchtigkeit speichern kann. Meine Tiere haben Laubwaldthumus mit ein bisschen ungedüngter Blumenerde drin und dazu noch ein bisschen Laub klein gehäckselt und weichfaules Holz dazu. Genau, das habe ich dann so in meinen Terrarien und meinen Boxen zugute 5-10 cm Erde drin, dass es immer schön feucht hält. Wenn es halt ein bisschen höher ist, ist halt, wenn ihr da mit der Gießkanne oder so mal ein kleines Eck feucht haltet, halt leichter, wie wenn es nur so 3-4 cm sind. Die Tiere buddeln zwar nicht richtig, die Kleinen verstecken sich mal schon ein bisschen in der Erde, aber so wie beim Tausendfüßland braucht man nicht so viel, aber halt so, dass es halt nicht schnell wieder austrocknet. Genau, die Tiere fressen auch ab und zu mal ein bisschen Laubwaldthumus, das ist auch gleichzeitig ein Futter, nämlich man kann das Laub nehmen, sie sehr gerne flechten, fressen sie, dann natürlich Frischfutter in Form von Gurke, Karotte, Süßkartoffeln, dann Zucchini, meine fressen auch als tierische Proteine, Katzenfutter und Fischfutter, Hundefutter auch. Also, deswegen habe ich irgendwann die Hoffnung, dass sie vielleicht noch irgendwann bellen. Genau, wenn sie bellen, mache ich auf jeden Fall ein Update von der Art. Genau, futtertechnisch wäre es jetzt zu sagen, schon, man kann wirklich da sich wild auslassen. Genau, dann einrichtungstechnisch kann man den gerade so Korknai machen, Äschte und weitere, dann zum Beispiel so Bucheckern oder so, oder auch von den Eicheln da die, wirklich kann man sich viele tolle Sachen überlegen für die Tiere, dass sie halt mehrere Versteckmöglichkeiten haben. Genau, Feuchtigkeit brauchen die Tiere, das ist für die Überlebens wichtig, weil es ja Krebstiere sind und somit immer Wasser brauchen. Die brauchen jetzt kein Schwimmbad oder sowas, wo die Tiere richtig baden gehen können. Manche, bei der Art ist es jetzt so, dass man einfach die halbe Box oder Terrarium feucht haltet, die restliche Box kann man trocken halten. Das heißt, so eine Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent ist für die Tiere perfekt und fühlen sich da podelwohl. Siebiaschale, ähm, nicht zu vergessen, ist auch wichtig, weil ich ja vorhin Calciumlieferant angesprochen habe. Das brauchen die Tiere für ihren Panzeraufbau und nehmen sie auch wirklich sehr gerne und muss man regelmäßig erneuern. Genau. Von der Temperatur her kann man die Tiere bei Zimmertemperatur halten, das heißt so 23, 24 Grad ist für die Tiere perfekt. Nicht unter 18 Grad und nicht über 35 Grad. Alles andere ist für die Tiere noch akzeptabel, aber wie schon gerade gesagt, so 23, 24 Grad ist für die Tiere perfekt und da fühlen sie sich wohl. Genau. Das war es mit dem heutigen Haltungsvideo. Wenn ihr noch eine andere Asselart oder so im Haltungsbericht haben wollt, dann ab damit in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie ihr das Video gefunden habt, wenn noch Fragen über sind, ab damit in die Kommentare. Wie gerade schon mal gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis bald und ciao, ciao.